So, liebe Leute, da sind wir wieder bei New Super Mario Maker, äh, Super Mario Maker im New Super Mario Bros. U-Style. Heute ein Level vom Jeremy, ähm, Abschlussrate 0% macht mir schon mal richtig viel Hoffnung. Äh, Peace Witch Run Long, ich glaube nicht, dass ich der Erste sein werde, aber ich geb mir mal Mühe. Die 15 Minuten, Jeremy, sind dein. Peace Witch Run Long. Ah, okay, gut. Ich seh schon, auf was er hinaus will. Oh mein Gott. Hm. Verdammt. Okay, ich hoffe, du hast auch, ähm, ein paar Checkpoints mit eingebaut. Das nennt man dann ein paar Zentimeter, oder ein Pixel zu weit gesprungen. So. Oh, komm. Jawohl. Boah. Mmh. I did it. What the... Hier hat's doch jedenfalls Checkpoint packen können. Tup. Weißt du, den letzten, den ich Sadist genannt hatte? Boah. Oh, 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 oh. Komm, warum muss denn das sein? Hm. Wo ist der Checkpoint? Ich muss jammern. Ich hab die Taste gedrückt. Wenn ich da... Ich wollte mir da so einen kleinen Weg durchmachen, aber das funktioniert leider nicht. Der Sprung ist echt fies. Ich glaub, da hat's einer getan. Anlauf nehmen. Nein, nein, nein. Boah. Ah, dieser... Ich nehme den P-Switch-Auffehler, ey. So, hoch, komm. Spring. 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 Das ist der... Ich-habe-Zeit-Druck-Fehler. Und für die richtig geilen Fehler, ja... Könnt ihr auch mal gern bei dem Korti-LP vorbeigucken? Nein. Boah. Boah. Nein. Nein. Oh, pfuh. Puh, puh. Oh, toll. Ich seh es echt schon kommen wieder. Ich kann aber auch nicht tricksen. So. So, spätestens hier werde ich wieder verzweifeln. Du kannst mir später mal ein bisschen was über deine Hobbys erzählen, Jeremy. So. Wenn ich hier Schnappatmung kriege, ja... Keine Sorge, es ist kein Kind oder so. Es ist einfach nur Super Mario Maker. Wenn der Controller gleich irgendwo in einer Wand landet, oder... So. Diese... Okay. Ich habe ja erst... Fünf Minuten hinter mir. Ha! Fünf Minuten. Hallo. So. Hier wären echt... Kann man immer wieder sagen, Checkpoints sehr gut gewesen. So. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Ich bin ganz ruhig. Hallo. Danke. Es ist machbar. Es ist schaffbar. Es ist machbar. Es ist schaffbar. Alles. Aber... Nicht heute. Oder wie. Boah. Ja. Checkpoint. 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 Nein. Nein. Komm. Oh. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ah. No. Ah. Komm. Du hast hier irgendwo einen Geheimgang... Sekunde. 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 Wartet, 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 wartet. Komm. Komm. Okay, das wird nix. Ah, das könnte mir jetzt Zeit geben. Ach, komm. Das ist doch... Das könnte funktionieren. Ist doch schon. Ah... Ah. Ja! Ich muss mental ein bisschen ruhiger werden. Nein, 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 nein. Er hat hier wirklich an jede einzelne Möglichkeit gedacht, irgendwie hier rauszukommen. Nein, 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 gib mir den B-Switch wieder. Komm, hier ist irgendwo ein B-Switch. Das ist ein B-Switch. Ich will da hoch. Ich hasse diesen B-Switch-Fehler. Äh, äh, geht das durch? Läufst du? Gehst du da durch? Okay. So, jetzt nehme ich es nicht auf. Puh. Okay. Ich kann nicht abkürzen, gar nichts. Komm. Nein. Ich möchte wissen, wie kurz ich vorm Ziel bin. Ich glaube, das gut ist. Ich habe bisher noch gar keine Ich sehe immer nur da vorne oder so die ganzen Kennzeichnungen. Also ich glaube, ich bin derjenige, der ja jedenfalls am beidesten gekommen ist. Korti, wenn du das siehst, das werde ich dir mal als B-Switch-Run machen. Wie ist denn jemand da unten gestorben? Kann man sich die Tode jetzt schon anzeigen lassen? Das wäre schön. Dann kann ich sagen, haha. Komm rein da. Ich glaube, meine Konzentration lässt ein bisschen nach, aber nur minimal. Okay. So, komm. Gas geben, Gas geben. Komm. Warum? Warum? Warum hat er mich einfach, einfach ganz normale Peace diese Blocke machen können? Warum stacheln? Weil es da nicht lustig wäre. Hm. Ah. Ich muss gleich mal auf die Zeit gucken. Letzter Versuch. Okay. Konzentrier dich. Last try. Spring da hoch, Mario. Ja. Geh da durch. Boah. Hui. Komm. Komm. Nein, komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch, einer geht noch. Leck mich, leck mich, leck mich. Verdammt, ist nicht auf meiner... Es hat das Kabel eingefahren, verdammt. So, lieber Jeremy, es tut mir leid, dass ich es jetzt nicht so geschafft habe auf Anhieb. Sekunde mal. So, Kabel ist frei. Trotz alledem bekommst du natürlich deinen verdienten Stern. Definitiv für die Idee. Wenn wir das richtige Kabelloch finden. Und wenn ihr genauso geile Ideen habt, dann sendet es einfach oder packt es unten in die YouTube-Kommentare, auf Facebook oder Twitter. Und wenn ihr alle keine Social-Media-Freien seid, dann habt ihr unten noch die Möglichkeit, da ist ein Link. Dort könnt ihr in einem Formular euer Level eintragen. Und dann freue ich mich auf eure Level. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Vielen Dank.